Zehn Jahre Konzeptwerk, das sind für uns zehn gute Gründe zum Feiern, zum Innehalten und auf unsere Arbeit zu schauen. Unsere Arbeitsweise ist selbst ein Beispiel, wie eine soziale und ökologische Wirtschaft aussehen kann. Wir entwickeln nicht nur Konzepte für eine neue Ökonomie, wir probieren sie auch aus. Wir entscheiden gemeinsam über unsere Projekte, Löhne und Arbeitszeit. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und unsere Publikationen stehen zum Download frei zur Verfügung. Wir kommen mit dem Fahrrad und dem ÖPNV ins Büro und finanzieren keine Flugreisen. Und wir kochen füreinander und alle sind mal dran, das Büro zu putzen. Hilfe uns weiterzumachen. Spende jetzt fürs Konzeptwerk oder noch besser, werde Förderin und unterstütze uns regelmäßig. Danke! Danke! Untertitelung des ZDF, 2020